Sie sitzen also da mit Ihrer Frau beim Abendessen bei Freunden und muss die dann schon mal sagen, Jan kannst du das Handy bitte mal weglegen, wir essen? Immer. Also das ist schrecklich, ich bin da wirklich ein Junkie. Er ist der Chefsprecher der Tagesschau, aber wer ist eigentlich der Chef vom TikTok-Kanal der Tagesschau? Finden wir es raus, bei Hausjetzt raus, heute zu Gast Jan Hofer. Ja, und da kommt er rein, pünktlich wie die Maurer. Moin, hallo. Bevor Sie sich setzen, Herr Hofer, ein einziges Mal, ich würde Sie gerne mal von hinten sehen. Ich kenne Sie, glaube ich, ja, das ging auch. Wahnsinn. Nehmen Sie gerne Platz. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Man kennt Sie ja wirklich nur von vorne. Das stimmt, ja. Es gab ja diverse Sendungen, wo ich dann auch mal anders zu sehen war, also ganz so schlimm ist es nicht. Und was waren das für Sendungen? Dalli Dalli mit Kai Flauer zum Beispiel, 21 Jahre lang Talkshow beim MDR, also jede Menge. Mussten Sie den Dalli Dalli Hüpfer machen in Gedenken an Herrn Rosenthal? Nein, das hat Kai Flauer gemacht. Okay, alles klar. Sie sind jetzt hier bei Hausjetzt raus. Sie hatten eine Aufgabe, nämlich ein Thema rauszuhauen. Und das würde ich Sie jetzt einfach mal bitten, rauszuhauen. Ja, Social Media interessiert mich sehr. Ja, vor allen Dingen für Leute, die jetzt nicht mehr zu den ganz Jungen gehören. Haben Sie noch so etwas wie ein Facebook-Account? Ja, natürlich. Ja. Instagram-Account? Natürlich. TikTok-Account? Aber ja. Schüler-VZ? Nein. Gut, jetzt habe ich Sie. Dann war es das. Herr Hofer hat leider kein Schüler-VZ-Account. Das ist natürlich das Qualifikationsmittel für die Sendung. Ich weiß, aber dem bin ich halt gerade mal eben so entgangen. Dafür habe ich natürlich einen Ami-Account. Ist ja klar. Was für ein Account? Naja, so ein Social Media Business Account. Den habe ich irgendwie mal bekommen, ohne dass ich es gewusst habe. Okay, also jetzt steht es 1-0 für Sie. Ami-Account habe ich keine Ahnung. Also ich kenne noch LinkedIn. LinkedIn, natürlich. Und Xing oder OpenBC. Xing bin ich auch nicht, aber LinkedIn. Gut, also Sie sind völlig im Game. Hat jeder in der Tagesschau bei Ihnen all diese Accounts oder sind Sie wirklich nicht nur Chefsprecher, sondern auch Chefs Social Media Beauftragter? Ich glaube, ja. Also es gibt einige, die sehr aktiv sind. Es gibt einige, die lehnen das komplett ab. Wie finden denn das die Zuständigen eigentlich bei der Tagesschau? Ist das unseriös? Seriös? Muss das sein? Also wir machen ja selbst in Anführung unseriöse Geschichten, um junge Leute zu erreichen. Also ich habe ja auf TikTok ein paar Sachen gemacht, die normalerweise der Tagesschau nicht so entsprechen. Sie haben wirklich einen TikTok-Kanal? Wahnsinn. Ja, ja, klar. Und also ich habe ja mal eine Homeoffice-Tagesschau gemacht zum Beispiel und solche Geschichten sehr erfolgreich. Aber grundsätzlich gilt es natürlich schon, darüber nachzudenken, passt das irgendwo noch rein oder passt das nicht? Aber was machen Sie bei TikTok? Also machen Sie da Lip-Thinking von einem asiatischen Plenarsaal, wo sich die Leute irgendwie die Schnauze einhauen oder was? Ja, Lip-Thinking habe ich auch schon mal gemacht und zwar bei einer ganz alten Tagesschau-Folge. Das hat aber keiner begriffen, ehrlich gesagt, nur ich. Und dann mache ich so kurze Geschichten halt. Dann sitzt, Sie sitzen also da mit Ihrer Frau beim Abendessen bei Freunden und muss die dann schon mal sagen, Jan, kannst du das Handy bitte mal weglegen, wir essen? Immer. Sie sind, also Sie sind dabei? Immer. Also das ist schrecklich. Ich bin da wirklich ein Junkie. Ich habe zum Beispiel irgendwann mal gesagt, ich würde gerne mal die Tagesschau erklären. Und zwar nicht die Inhalte, sondern das Ganze drumherum, was da so alles passiert. Der Gang ins Studio, das Studio an sich, den Teleprompter und so weiter und so weiter. Aber das eben nicht in so einer statischen, gut gemachten, fernsehgerechten Geschichte. Sondern rough. Sondern rough, richtig. Ich erkläre denen das. Sie haben um 20 Uhr Sendung. So. Dann steigen Sie um 7 Uhr in Ihren eSmart, fahren nach Lockstedt und sind um halb acht da, setzen sich kurz hin, liefern ab, Sakko an, Krawatte sitzt, gib ihm und fertig. Ist das der Arbeitstag? Das wäre schön. Ich sage manchmal, dass das so ist. Also ich werde nicht bezahlt für die 15 Minuten um 20 Uhr, sondern ich werde bezahlt dafür, dass ich 24 Stunden an 365 Tagen öffentlich bin und praktisch für die Tagesschau immer verfügbar bin. Also in den Augen der Leute, ob ich im Bus bin oder im Zug oder auf der Straße. Ich bin immer irgendwo für die Tagesschau und unterlege einer sehr starken öffentlichen Kontrolle. Aber so ist das natürlich nicht. Also erstens ist man rechtzeitig in der Redaktion, also ich denke mal zwei Stunden vorher mindestens. Da muss man in die Maske, man muss eingeleuchtet werden. Man beschäftigt sich mit den Themen und so weiter und so weiter und so weiter. Dann ist die Sendung zu Ende um Viertel nach acht. Dann wird eine Nachbesprechung gemacht. Die nächste ist um neun. Die sieht man in der Regel im Fernsehen nur bei Tagesschau 24 oder auf dem Handy. Und dann sind nochmal Tagesthemen und dann ist Bereitschaft bis 0 Uhr. Also ich bin von 18 Uhr bis 0 Uhr mindestens im Sender. Okay, also fast ein Arbeitstag. Naja, der ist eigentlich ein Arbeitstag, weil wir arbeiten ja 24 Stunden. Das vergessen die Leute immer. Und zwar immer live. Der nächste kommt also um 0 Uhr bis morgens um sechs. Dann kommt von sechs Uhr bis zwölf und von zwölf wieder bis 18. Also es sind vier Schichten am Tag. Und was macht Ihre Position als Chefsprecher besonderer als die Position von, sagen wir, Linda Zervakis? Also ich bin so ein Primus inter pares. Ich bin das Bindeglied zwischen Chefredaktion, Programmdirektion und den Kolleginnen und Kollegen. Ich bin zuständig für die Administration, also für die Dienstpläne, für die Urlaubsplanung. Also Sie haben hier schon den höchsten Grad? Alles mögliche, ja. Okay. Schreiben Sie die Texte selbst, die Sie vorlesen? Zum Teil. Ach wirklich? Ja, es kommt drauf an. Wir haben ja die Tagesschau, die klassische Tagesschau. Da ist es nicht möglich, weil wir da so viele Korrespondentengeschichten und Geschichten haben, die von außen kommen, dass man es gar nicht machen könnte. Also es müssen Redakteure machen, die in Verbindung mit denen sind. Aber wenn ich Tagesschau 24 mache, bin ich gut damit beschäftigt, drei, vier Schwerpunkte am Tag vorzubereiten. Gut, also das heißt, Sie schreiben teilweise, Sie lesen das logischerweise Korrektur, weil nichts kann schlimmer sein, als eine Nachricht vorzulesen, die sinnbefreit ist, richtig? Naja, das Problem hatte ich zum Beispiel vorgestern, dass in der Sendung noch einiges geändert wurde. Und dann können Sie das nicht mehr. Ja. Da müssen Sie einfach zusehen, dass Sie es einigermaßen fehlerfrei rüberkriegen. Und in der Geschwindigkeit dessen, wo geändert wird, können auch schon mal Fehler passieren. Und der Teleprompter ist ja so ein Gerät, so ein Spiegel, der vor der Kamera ist und der hat nur eine sehr begrenzte Möglichkeit, Zeilen vorzulesen. Also da kann man nur hoffen, dass man einigermaßen drüberkommt. Wenn nicht, muss man sagen, Entschuldigung und dann fängt man wieder von vorne an. Sind Sie noch aufgeregt? Wenn ich morgens mit dem falschen Bein aufgestanden bin, ja, sonst nicht dann. Naja, gut, wenn Sie morgens falsch aufstehen, merken Sie das immer noch mit 20 Uhr? Ja, so ein Tag ist lang. Also es gibt so Tage, wo man nicht gut drauf ist. Okay, dann haben Sie so einen Tag mal, der nicht gut drauf ist, den hat es ja auch mal gegeben, wo Sie sich dann versprochen haben oder wo irgendetwas vorgefallen ist. Ist Social Media, um nochmal zurückzukommen auf das Thema, dann eher Fluch oder eher Segen? Weil was genau dort ja passiert ist. Ist ja sofort in Social Media und zwar noch mehr geklickt, als die Tagesschau vielleicht gesehen wurde. Ja, es ist insofern ein Segen, weil wir haben natürlich einen Social Media Kanal vergessen, den ich natürlich auch habe, Twitter. Ja, natürlich. Und über Twitter kann man sehr gut und sehr schnell etwas richtig stellen. Also ich hatte ja mal so ein kleines Malheur in der Tagesschau, das mir da schlecht geworden ist und die Sendung abgebrochen wurde. Also nicht wirklich abgebrochen wurde, sondern... Wie war das? Sie waren live? Ich war live und kurz vor der Absage wurde mir schummrig. Warum, weiß ich nicht mehr. Nachher hat sich herausgestellt, ich hatte mir einen Keim eingefangen, der mich dazu eine Woche lang lahmgelegt hat. Also mir wurde schummrig. Ganz kurz, Absage bedeutet in dem Fall, es geht los, ne? Nein, Absage bedeutet, das war die Sendung, als nächstes sehen Sie. Ah, okay. Also am Ende der Sendung. Und die Kamera wurde nicht schnell genug abgeschaltet. Also man hat gesehen, dass ich mich da festgehalten habe, ich bin noch nicht umgekippt oder so, aber mir wurde halt schummrig. Und dann gab es natürlich da einen riesen Aufschrei überall und auch Zeitungen haben berichtet und so weiter. Und über Twitter konnte ich dann eben sehr schnell sagen, Leute, es ist alles gut, ich bin gerade gecheckt worden, ärztlich, alles prima, war einfach nur eine Unverträglichkeit von der Aktivität. Gut, also Sie sagen, in dem Fall ist es ganz klar ein Segen, dass man sich sofort dazu äußern kann und es Millionen von Menschen lesen. Nun sind Sie knapp über 40, das heißt, Sie gehören zu der Generation, die durchaus sagen könnte, früher war alles besser, beziehungsweise all das, was wir heute haben, brauchen wir eigentlich nicht immer. Bei Ihnen ist es ja genau umgekehrt. Sie empfinden die sozialen Medien und die Technik, Sie haben direkt gesehen, dass ich ein neues iPhone habe, Sie haben mir direkt erzählt, dass Sie das neue iPhone auch demnächst bekommen. Sie haben ein Tablet zu Hause, Sie haben mehrere Computer zu Hause, Sie kennen sich mit E-Mobilität aus, also alles, was jetzt ist und vor allem, was noch kommen wird, das kennen Sie schon bereits. War alles blöd, was früher bei Ihnen gewesen ist oder gibt es immer noch so ein paar gute alte Sachen, wo Sie sagen, Nö, da hat Social Media selbst im Alter keine Chance. Es gibt Dinge, die waren für meine Begriffe besser, weil menschlicher. Beispielsweise? Der Computer vergisst nichts. Die Möglichkeiten, einen Menschen einzuschränken in Normen, sind durch einen Computer gegeben. Das war früher nicht so möglich. Also wenn ich heute, ob das Gesundheitsvorsorge ist, ob das Sozialvorsorge ist oder was auch immer, ich bin in einem sehr engen Korsett. Jeder kann sofort sehen. Auf der einen Seite toll. Also als ich zum Beispiel diese kleine Geschichte da hatte und ins Universitätskrankenhaus gegangen bin, um mich checken zu lassen, konnten die sofort sehen, ob ich in einer anderen Abteilung schon mal welches Medikament bekommen habe. War früher nicht möglich. Würde mein Vater jetzt sagen, dann hätte ich gesagt, wogegen ich allergisch bin. Ja, natürlich, klar. Aber auf der anderen Seite ist es schon toll, diese Vernetzung, also angenommen jetzt, man würde mal ins Krankenhaus kommen, unverhofft. Und die können sofort sagen, okay, vorsichtig, der hat eine Unverträglichkeit da und dafür. Das ist ja schon mal positiv. Aber das ist nur ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass sie gläsern geworden sind. Auf der anderen Seite gibt es technische Entwicklungen, die kann man nicht aufhalten. Man hat die industrielle Revolution nicht aufhalten können. Man hat das Rad nicht aufhalten können. Man hat das Auto nicht aufhalten können. Man kann auch die Digitalisierung nicht aufhalten, ob uns das gefällt oder nicht. Wir müssen versuchen, das einigermaßen für uns erträglich und human zu machen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht, aber versuchen sollte man es. Und da muss man weitersehen. Wobei, ein Auto, weil Sie eben sagte, man konnte es nicht aufhalten, ein Auto konnte man aufhalten, nämlich Ihr Auto. Wie man wieder auf Social Media auch miterleben konnte, sind Ihnen die Reifen abgenommen worden von Ihrem Fahrzeug. Klassisch aufgebockt worden. Sie haben es natürlich direkt gepostet, auf Instagram war es, glaube ich. Gibt es dann vielleicht interfamilier zumindest auch mal jemand, der sagt, Gott, das ist mir jetzt eigentlich eine Spur zu privat, Jan. Oder sagen Sie für sich, ich habe meine Follower, denen bin ich das schuldig und außerdem, mir macht es auch richtig Spaß. Also mir macht es zunächst einmal. Oder wollten Sie von der Versicherung vielleicht, oder wollten Sie einen Reifendeal abgreifen, kann ja auch sein. Das war ein Leasingfahrzeug, von daher gesehen war das jetzt nicht so der große Fehler oder das große Problem. Nein, mir macht es einfach Spaß. Ich glaube, ich überschreite da auch keine Grenze. Also da ist jetzt nicht so, also Sie werden zum Beispiel nie ein Foto meines Kindes gesehen haben irgendwo, gibt es nicht. Wir sind jetzt sogar davon weggegangen, dass wir es unkenntlich machen, wir machen es einfach nicht mehr. Oder haben es eigentlich noch nie gemacht. Von meinen älteren Kindern sehen Sie auch keine Fotos. Die sind inzwischen 30 und 34, die können das selber entscheiden, aber es gibt einfach keine Fotos. Zumindest aus Kindertagen nicht. Und das sind so Dinge, da halte ich mich einfach dran, so selbstgestellte Normen. Und wen sprechen Sie an mit Social Media? Nehmen Sie, was kommt? Ich glaube, ab bei 18.000 Followern sind Sie. Oder sind Sie schon so ein bisschen spitz und sagen, mir ist eigentlich schon wichtig, dass mir die 35- bis 50-Jährigen folgen? Wenn das so wäre, wäre es ja schön, aber die folgen mir nicht. Wer folgt Ihnen? Die sind zwischen 18 und 35. Ach! Oder 18 und 28. Aber das ist doch toll eigentlich, oder? Ja, ja. Ich finde das super. In der Vergangenheit sind Sie schon seit Ewigkeiten bei der Tagesschau, in der Gegenwart sind Sie es auch, in der Zukunft werden Sie es nicht mehr sein. Was macht denn Jan Hofer nach der Tagesschau? Ist das ein Nimbus, den Sie nie mehr wegkriegen oder nie mehr wegkriegen wollen? Oder sagen Sie, das ist wirklich ein Kapitel, das hake ich hier ab und jetzt kommt nur noch Neues, nur noch ganz anderes? Oder werden Sie neuer Enkerman bei RTL? Nein, glaube ich nicht. Also, der Peter Köppel macht einen guten Job und deswegen ist er auch, glaube ich, nicht verkannt. Nein, ich weiß es noch nicht, ehrlich gesagt. Glaube ich doch selbst nicht. Doch. Sie sind doch so organisiert und strukturiert. Ja, das stimmt. Aber ich habe natürlich für nächstes Jahr eine Menge Geschichten, die ich noch machen werde, auch die schon geplant sind, also Auftritte, Fernsehsendungen und so weiter. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, was die Zukunft mit mir macht. Das heißt, die Tagesschau wird mich immer begleiten. Man wird mich nie für irgendetwas anfragen, was nicht oder was so weit außerhalb ist. Also der Dschungel kommt für mich nicht in Frage. Love Island kommt für mich nicht in Frage. Sehr, aber lustig. Ja, wäre sehr lustig. Temptation Island macht meine Frau nicht mit. Also ich mache jetzt Spaß, aber Sie wissen, was ich meine. Es gibt eben Dinge, die würde ich nicht machen und die mache ich auch nicht. Aber ich bin offen für Angebote. Also wenn Sie irgendwie meinen, dass Sie etwas Nettes für mich haben, bin ich offen. Ja und vor allem müssen Sie was mit Kai Pflaume zusammen machen. Ich meine, Kai Pflaume und Jan Hofer ist doch geballte Social Media Kompetenz. At its best, oder? Also das liegt doch... Ich muss dazu sagen, ich bin auch ein großer Fan und Freund von Kai Pflaume. Ja, also da haben wir es schon. Der ist einfach großartig. Der ist einfach toll. Der ist einer, der auch gönnen kann übrigens. Dalli Dalli zum Beispiel war eine Idee von Kai Pflaume. Der rief mich an. Wir haben uns irgendwo mal kennengelernt, gut verstanden. Rief der mich an. Er sagte, kannst du dir vorstellen, mit mir zusammen Dalli Dalli zu machen? Habe ich erst mal gezuckt. Warum nicht? Ja, klar. Und ist das so einer, wo Sie auch mal auf den Instagram-Kanal schauen und sich denken, so wow, das macht der wirklich gut? Der hat zum Beispiel eigene GIFs. Die haben Sie noch nicht. Ja, das stimmt. Ich habe mich da schon mit beschäftigt. Aber es gab noch keine besondere Gelegenheit. Aber die sind ja relativ einfach zu machen. Ist das so? Ja. Ja, ich weiß es. Sie sind ja ganz offensichtlich der Digitalisierung. Sie machen ein kleines Filmchen, laden Sie rauf in WhatsApp und da können Sie ein GIFs ausmachen. Ah, natürlich. Ich meinte aber auch, ach doch, genau das meine ich. Na gut, alles klar. Da habe ich auch wieder was gelernt. Und weil ich es bereuen würde, wenn ich es nicht fragen würde, gibt es denn einen Grund, warum Sie bei der Tagesschau weggehen? Oder haben Sie gesagt, ich habe keinen Bock mehr? Nein, ich mache ja schon viel länger, als ich eigentlich sollte. Ich bin ja schon längst verrentet. Darf ich mich ja nicht vergessen. Also, ich habe drei Jahre länger gemacht, als man sollte. Der Vertrag, der läuft einfach tonusgemäß aus. Und jetzt nochmal zu verlängern um ein Jahr oder zwei Jahre. Es gibt eine Menge Veränderungen auch bei der Tagesschau in Bezug auf kosmediale Geschichten. Und da habe ich gesagt, jetzt ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt. Jetzt ist auch der Zeitpunkt da, wo ich die Kraft noch habe, was anderes zu machen. Wo ich mich auch um meinen kleinen Sohn kümmern kann, was mir sehr viel Spaß macht. Wo ich Sport machen kann. Ich werde es genießen, nicht mehr in einem Korsett zu sein. Ich werde es genießen, mal ein Wochenende zu haben. Ich kenne das alles überhaupt nicht. Aber was passiert, wenn Sie dann zu Hause sitzen und die Tagesschau gucken? Also A, ist dann die Wehmut und vielleicht auch die Angst davor, dass man wirklich traurig ist? Oder sitzen Sie nur noch da und sagen dann zu Ihrer Frau, jetzt guckt doch mal die Judith, wie sie das schon wieder gesagt hat. Das ist doch vom Tempo her viel zu schnell, sage ich dir seit Jahren. Ja, das würde ich auf gar keinen Fall machen, aber ich bin schon ein kleiner Oberlehrer. Also Sprache ist mir immer sehr wichtig gewesen und wenn Fehler da waren, die merke ich sofort. Herr Hofer, ich glaube wirklich, wir müssen da gar keine Sorgen machen, dass wir Sie außerhalb der Tagesschau nicht mehr sehen. Vielleicht wird es ein News-Format online, also bei Instagram oder ein täglicher Podcast. Sie können mir doch nicht erzählen, dass Sie keinen Podcast machen wollen. Das ist doch Ihr Medium. Ja, wir diskutieren gerade darüber. Auf der anderen Seite muss ich Ihnen sagen, ich habe mich sehr mit Podcasts beschäftigt in letzter Zeit. Es ist schon unfassbar inflationär geworden und ich stelle auch fest, dass viele Podcasts im Laufe der Entstehungsgeschichte an Fahrt verlieren. Also es gibt welche, die habe ich mir ein paar Mal angehört, die waren anfangs sehr witzig und wirklich toll und dann merkt man, jetzt ist da auch die Luft raus, da kommt nicht mehr wiederholt, wird viel wiederholt und ich glaube, da gibt es auch in dem nächsten Bereinigungsprozess. Ja gut, das ist natürlich auch das, was Sie von Haus aus am besten können, Relevanz, was ist wichtig und was ist vor allem unwichtig. Und da gibt, wissen Sie, wie viele Podcasts es gibt in Deutschland alleine? Über 80.000. Ja. Also das muss man sich mal vorstellen. Also insofern. Wer soll die hören? Ah, wer soll die hören? Na, ich habe so ein paar, die ich permanent höre. Was hören Sie? Ich höre zum Beispiel, das ist gar kein richtiger Podcast, sondern das ist so eine WDR-Geschichte, Zeitzeichen heißt die. 15 Minuten, jeden Tag kommt ein neues Thema, sensationell. Manchmal interessiert mich das nicht, dann wische ich weg. Aber gerade gestern habe ich gehört, die erste Aufführung, die erste Opernaufführung nach dem Krieg in Berlin, Fidelio. Und das Ganze drumherum und wo die Musiker herkamen, die waren ja auch alle geschädigt durch den Krieg, sehr spannende Geschichte. Herr Hofer, bevor ich Sie jetzt entlasse, am 2. Januar 2021, um 20 Uhr, werden Sie was gemacht haben? Da sitze ich hoffentlich auf Mallorca und denke, das Wetter wird schön. Gut. Ich glaube, besser hätte man keinen Abschluss finden können. Die Tagesschau war für mich natürlich immer ein Highlight mit Ihnen. Ich werde Sie jetzt noch so, wie oft sind Sie noch da? Ja, jetzt drei Wochen noch. Gut. Also, Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen, wir haben jetzt noch drei Wochen Zeit, das sind in etwa 21 Tage, das ein oder andere Mal Jan Hofer in der Tagesschau zu sehen. Und wer das verpassen sollte, der guckt einfach auf Instagram. Vielen Dank, dass Sie hier gewesen sind, Jan Hofer. Jeden Dienstag neu eine Folge hier auf YouTube. Haus jetzt raus. Die war mit Jan Hofer. Die Nächsten sind ohne Jan Hofer, aber mit jemand anderem. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat mir Riesenspaß gemacht. Auf bald. 's Haus jetzt passiert. Untertitelung des ZDF, 2020